Anixer HD kann man gewiss als Vorreiter des frei empfangbaren HDTV nennen. Das Programm des Senders zeichnet sich durch hochwertige Inhalte für die ganze Familie aus. Dann kam das HBBTV bzw. Smart TV Zeitalter. Auch hier war Anixer bei der schnellen Umsetzung führend. Eins drauf gesetzt hat der Anbieter nun mit der App Anixer HD Doku. Wer Dokumentationen liebt, der kommt an dieser App nicht vorbei. Ein kleiner Ausschnitt aus dem reichhaltigen und regelmäßig wechselnden Angebot. Der Tyrannosaurus Rex und der Triceratops gehören zu den am meisten erforschten Dinosaurierarten. DinoCode, die Doku zum Thema. Wir glauben zu wissen, wie Dinosaurier aussahen. Aber können wir wirklich sicher sein? Rom von unten. Wenn Touristen zu den antiken Monumenten Rom strömen, sehen sie nur die Spitze des Eiswerks. Unter der Metropole liegen die Überreste einer anderen ewigen Stadt, die seit dem Untergang Roms verborgen sind. Moderne Wunder. Malaysia. Die Doku-Reihe präsentiert weltweit einzigartige Großprojekte aus den Bereichen Technik und Architektur. Die malaysische Hauptstadt Kuala Lumpur hat einen mächtigen und gefährlichen Feind. Kampf der Giganten. Diese Naturdokumentation berichtet von der natürlichen Feindschaft zweier Meeresriesen. Der des Potwal und des Riesen Kalmar. Ein Team von Meeresbiologen folgt ihnen. Da schwimmt er. Und taucht in ihre Welt ein. Wohin schwimmt er? Und wenn es den Kindern bei der Doku zu langweilig wird, dann reicht ein Tastendruck aus, um Filme wie Magic Sport oder Tommy und der Luchs auf den Bildschirm zu bringen. Fang! Wie werden die drei sich voll vertragen? Anixa HD Doku ist kostenlos und kommt natürlich in High Definition. Wie werden die Doku-Reihe präsentiert?